Das war der Start zum 13. Märkischen, beziehungsweise Wugo-A-Radfest und da gehen Sie auf die Strecke, die Mannen und Damen und Herren, da sehen Sie das Wettbewerb über 6 mal 3,10 Kilometer, gleich. Das war die Strecke, die Mannen und die Mannen und die Mannen und die Mannen und die Mannen. Das war die Strecke, die Mannen und 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 Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020